So, es ist wieder soweit, ja? Jipp Wir spielen zusammen in einem neuen Musical, ne? Jipp Diesmal spielen wir keinen Ehepaar Jipp Wir spielen Stripper Jipp Wir ziehen uns also aus Jipp Auf der Bühne vor Publikum? Jipp Und Wir sollten uns auch daran schon mal wieder gewöhnen? Jipp Na los Ziehen wir uns ganz aus? Jipp Ganz Oder gar nicht Ja, los Eins Zwei Knüchen Hey Leute, ihr habt richtig gehört, es ist wieder soweit Das ist meine Danke Es ist wieder soweit Wir spielen ein neues Musical im März Wieder im März, wie letztes Mal Hairspray auch Ganz oder gar nicht Ja, die genauen Daten werdet ihr in den nächsten Folgen Wir machen natürlich wieder mehrere Teile Dies ist der erste Teil Von vielen Und da werden wir natürlich die Termine bekannt geben Genauer, vor allen Dingen, weil ich diesmal nur jeden zweiten Tag spiele Aber das werde ich euch dann noch sagen Habe ich Angeber Ja, ist ja gut, ist ja gut Ist ja gut Und deswegen Ja, guckt einfach weiter, haltet den Kanal hier im Auge, ne, abonniert hier meinen Kanal Abonniert auf diesen Hintern seinen Kanal von mir aus Und Ja, und bis dahin spielen wir natürlich im Oktober nochmal Hairspray Auch die Teile gehen hier weiter im Knüchen Kanal Bis dahin Rock'n 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 Rock'n